Der britische Traditionshersteller Sakton ist einer der Pioniere der Klass A Technik. Klass A ist eine spezielle Schaltungsvariante bei Verstärkern, die für ein sehr natürliches, sehr offenes, sehr röhrenähnliches Klangbild sorgt. Die Firma Sakton ist einer der Begründer dieser Technik. Den ersten Kontakt zu Sakton Verstärkern hatte ich in den 80er Jahren. Da bekam ich so ein Gerät, das sah aus wie ein Prototyp, war aber keiner. Ein unglaublicher Drahtverhauer in dem Gerät. Ich habe gedacht, was soll da schon groß rauskommen. Ich habe mir den angehört und war sofort total fasziniert von diesem Sound, der damals schon in den 80ern so ziemlich jeden etablierten Hersteller klanglich in große Schwierigkeiten gebracht hat. Heute ist das natürlich kein Drahtverhauer mehr. Das Design ist sehr aufgeräumt, sehr edel, sehr schlicht und die Verarbeitung ist wirklich erstklassig. Geblieben ist halt eben dieser fantastische Sound bis heute, der halt unglaublich natürlich, sehr musikalisch klingt und wenn man es nicht wüsste, würde man fast glauben, dass man hier einen Röhrenverstärker vor sich hat. Der Masterclass IA4, den wir hier gerade sehen, das ist das größte Modell aus dem Sackprogramm an Vollverstärkern, leistet 2x33 Watt rein Klass A. Das klingt sehr wenig, aber wir wissen ja, für Leute, die sich schon länger mit dem Thema befassen, dass man diese angegebenen Verstärkerdaten nicht eins zu eins mit dem gleichsetzen kann, was da wirklich rauskommt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsgeräte, der IA4, der einfach wunderbar natürlich klingt und jeden Lautsprecher halt einfach zur Höchstform auflaufen lässt. Er verfügt über vier Cinch-Eingänge plus einen XLR-Eingang, sodass man halt auch symmetrische Quellen anschließen kann. Wenn wir Interesse für diesen fantastisch klingenden Verstärker geweckt haben, dann laden wir Sie gerne zu einem Hörtermin in unserem HiFi-Studio ein. Untertitelung des ZDF, 2020